Herzlich Willkommen in Berlin! Zu heute Abend stattfindenden von Kia Sports gesponsort im Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist fantastisch! Jetzt überachten Sie, dass über Nacht die Fahrzeuge abgeschnitten werden. Haben Sie das gesehen? Wer? Sie haben Angst! Sie haben Angst! Mach die Marine hier! Tor, Tor, Tor! Nach diesem Tor steht es jetzt unentschieden. Zwei zu zwei! Sauber Fußball! Zwei! Vier! Drei! Zwei! Eins! Zwei! Drei! Zwei! Ich bin überd Orthodoxe! Jesus